Alles klar. Wow. Also das war jetzt echt hilfreich. Da draußen liegt ein besseres Leben. Für uns alle. Nächster Halt. Sydney Basis. Warnung. Signaturen erfasst. Sind das Jäger? Was ist das hier für ein Ort? Das Territorium der Schwester. Der Kaiju Messias ist gekommen. Es gibt keinen Weg hier raus. Du bist jetzt einer von uns. Wir sind der Anfang und das Ende. Überlebenschancen liegen bei 2%. Du bist nicht auf Feindfühligkeit programmiert, oder Loa? Nein. Jetzt muss ich handeln. Dann können wir das schaffen, oder? Ich weiß, dass ich es schaffe. Unser Messias wird sich neu erheben, um alle Kaiju zum Sieg zu führen. Es zu unseren Eltern nach Sydney zu schaffen, ist das Einzige, was zählt. Er ist unsere Familie. Wenn ihr auf einen Kampf ausseit, dann werdet ihr einen bekommen. Findet den Messias. Tötet seine Entführerin. Jetzt lässt sie ihn nie wieder gehen. Er oder wir! Die Schwestern, sie sind hier. Was bedeutet, die Kaiju sind nicht weit? Kaiju unmittelbar voraus. Die Kluft liegt direkt vor uns. Wir sitzen in der Falle. Loa, Kettensäbel! Das Schwestern, sie sind hier.